Hallo zusammen, das ist das Internet aus der Dose. Das ist ein Porpita Porpita und auch wenn das Ding aussieht wie eine Qualle, ist es keine. Was da nämlich eigentlich los ist, ist, dass das ein Haufen von mikroskopischen Tieren sind, die zusammenarbeiten, damit es ein grosses Tier sind, das aussieht wie eine Qualle. Aus irgendeinem Grund kursieren im Internet zahlreiche Videos von Truth Hand, die um Grabsteine herumlaufen. Wo Truth Hand, Grabstein Truth Hand, vielleicht versucht es reinzukommen, vielleicht ist es Ziel von jemandem... Ja, wir haben das, dass die Team mit dieser Tierenpopulche. Wir sind jetzt mal voll lieblich, das Ziel in die Liebeswand in den Geschmacki vielleicht sein können. Das ist für Menschenrechte. Das ist ein Schmack, da was zum Beispiel mit der Laufzeit-Tierkarte zu schauen. Das ist ein Schmack-Tierkarte zu sehen. Okay, ja, um, tschüss.